Kripp Kripp mehr so wie die Kinder die Gäste sein sein die Leute was geht erläutig was geht Browave hier mit einem neuen Part von Let's Play Minecraft Alone, Moment, ich habe nur gerade Facebook, um, so, sorry für die kurze Unterbrechung, aber musste sein, naja, egal, folgendes, da ich gesehen habe, dass zwei Leute mein Video kommentiert haben, die ich aber beide kenne, ist geil von euch, dass ihr kommentiert, einmal, dass ich das Sparks, ähm, Texture Pack reinhauen soll, äh, Dude, sorry, aber es gibt so viele Sparks, Sparks, ja, keine Ahnung, wie das heißt, äh, Sparks, Texture Packs, äh, ich weiß jetzt nicht, welches genau ich wollte Wolle haben, das weiß ich, ähm, ich nehme soll, tun sie doch einfach meinen Link bitte posten, oder mir privat schicken, du kennst mich ja, ey, joh, und zu der Musik, ja, ja, ich füge jetzt im nächsten Video einen hinten ein, mach einfach die, den Ingame Sound mache ich aus, damit es besser kommt, ihr müsst, ihr müsst es so vermerken, ähm, ich hatte früher den Ingame Sound an, und, ja, einfach gezaugt, ganz normal, und früher hatte ich noch nicht Camtasia, da, äh, ich noch was anderes benutze, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ich glaube, äh, fuck, wie hieß das, oh, ne, 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 lass es vielleicht mal reingehen, ähm, weiß gar nicht mehr, wie das heißt, uh, Kohle, ich glaube, Any Video Converter war es genau, und da konnte ich eben noch kein Ingame, also kein Sound nebenzu hinzufügen, das war echt beschissenes Programm, ja, es hat mir aber durch die, ich sag's mal, erste Zeit geholfen, ums Spiel alleine, ähm, ja, wollte ich nur mal so nebenzu sagen, aber danke, dass ihr mir Tipps gebt, das finde ich echt gut, das muss, das läuft, das ist gut so, ähm, ja, was, verdammt, ja, super, das geht, läuft, ähm, ja, ich werd mir jetzt am Wochenende, vielleicht sogar noch heute, ähm, MW3 zulegen, ich kauf's mir über ne Seite, wo man das dann einfach, äh, eingibt, den, ist, den PaySafe Code, und dann kann ich das automatisch runterladen, kennt bestimmt jeder von euch, ähm, und wer da dann am Wochenende mit dem Ayo, so, äh, wenn du es siehst, dann, ähm, überlegst dir, vielleicht, weil du spielst ja sowieso 10.000 Mal besser als dich, weil du es ja schon ewig spielst, das Game, gut, übrigens, müssen wir auf dem Kanal vor ihm vorbeigucken, ey, jo, das ist echt nice, der macht MW3 Game Clips und Commentaries, echt nice gemacht, ja, ich mach gerne Werbung für andere Kanäle, krass, das ist ja nicht so, ähm, was wollte ich noch gleich hier, meine Kohle reinhauen, ich hab da noch, ah, genau, Gold hat ja auch noch gebrannt, ähm, und hier hab ich Ayo, das ist super, ähm, ja, wie schon in meinem letzten Let's Play angekündigt, im letzten Teil angekündigt, ähm, wird am Wochenende wieder ein euer Part von The Walking Dead rauskommen, aber so, wie ich gesehen hab, wird das Spiel so übelst gehypt, ich mein, der erste Part, der am meisten Klicks hatte, war mein Minecraft-Part, ich weiß nicht, wie viel der, ähm, mit, ich glaub, 100 und, keine Ahnung, 100 Kluge, los, sag ich jetzt mal so, und ja, eigentlich, ah, verdammt, genau, ich hab mir ja noch ein Dingskraft, was haben wir so Eisen rausgelegt, oh, Mann, ja, ja, ah, ne Gier machen uns gleich, so, äh, nein, hier craftig, guck, ne neue Folge von The Walking Dead raus, eventuell sogar wieder mit mir dabei, wenn ich Bock drauf hab, es gibt ja auch manche Tagen, da hab ich überhaupt gar keine Lust aufzunehmen und will eher, was weiß ich, wo, was ich mal gern machen würde, einfach in nem Bus zeigen, irgendein Bus und einfach mal in irgendeine Stadt fahren, so, irgendeine, du suchst, du zählst jetzt von, zum Beispiel, es gibt da was weiß ich, wie viele Busse, und dann sagt er halt, dein Kumpel, so, alle Busse, Nummerierungen, und sagt halt, also nicht die in Kempten, ja, okay, äh, sondern allgemein überall, durch, ja, ich wohne in Kempten, ja, super, jetzt wisst ihr es, wow, das helft euch sehr weiter, ähm, genau, hier wollte ich weitermachen, und zwar einfach irgendeine Autenbus, der irgendwie, was weiß ich jetzt, nach Leutkirch fährt, oder, was weiß ich, in irgendeine Stadt, wo du halt noch nicht warst, und dann einfach mal so mit deinem Homie da hinfahren und einfach mal die Stadt erkunden, dein Horizont erweitern, zu Deutsch. Eigentlich ist es doch ne recht nette Idee, wenn man so überlegt, so, ja, man wünscht sich sowieso so immer so wegfahren, so USA und so, ja, geile Idee, bloß, du würdest erstmal Deutschland erkunden, oder deine Stadt halt erkunden, oder dein Umkreis erkunden, bevor du irgendwo anders hinfährst, weil, Kumpel, es gibt noch mehr als USA, Deutschland kann auch, kann, muss aber nicht schön sein, ähm, ja, das wird hier heute kein 20-minütiger Part, das wird, Moment, ich muss kurz 10, 5, 10, ja, mach mal 10 Minuten, das reicht, das ist ja nur so ein Zwischenpart, am Wochenende kommen wieder die 20-minütigen Parts mit, vielleicht noch einem Nebensprecher, mit irgendeinem Kumpel, der Bock hat, äh, ich werde auch, jetzt Musik im Hintergrund reinpacken, ne gute, äh, nur was ich hier letztes Mal bemerkt hab, als Musik reingefügt hab, ich darf nicht, soweit ich weiß, irgendeinen Namen, oder wie das heißt, ähm, einfügen, also das Lied, den Liednamen, weil es wurde mir letztes Mal das Video gesperrt von der GEMA, ich will nix sagen, weil sonst kann es vielleicht auch gesperrt werden, also, shh, shut up, und, so, so, ähm, ja, hier, dat, dat, super, super, was haben wir denn jetzt, 63, gut, 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 ähm, vielleicht kommt, vielleicht kommen auch noch am Wochenende ein paar Indie-Games raus, let's play, also so, mal so zwischendrin, so ein 10-minütiges Indie-Game, mein Bro, Shun, also Hypnotics, weiß, wen ich meine, oder was ich meine, besser gesagt, wird sich tierisch ein Ablachen, hoffe ich, und, ja, es wird Nacht im Starte Minecraft, deswegen tue ich jetzt mir mal Schlafen legen, aber ich weiß noch nicht, ob das geht, gut, so, Moment, ich muss nebenzu noch schnell was schreiben in meinen Hintergrund, so, weiter zum Spiel, super, ein neuer Tag, ein neuer Dollar, so wie Mr. Krebs schön sagt, was ich hier gerade sehe, baue ich mich ja hier gerade runter, das heißt, ich müsste eigentlich rein theoretisch, wenn hier irgendwo durchkommen, da vorne, jo, dann würde ich mal sagen, bauen wir uns einfach mal hier so quer rein, und versuchen da so eine, ich würde jetzt nicht sagen Shopping Mall, aber schon sowas ähnlich, also wenn ich jetzt hier so durchbauen, ja, okay, mit der Faust dauert das einfach zu lange, dann mache ich mal, mache ich offline, offline wollte ich noch so viel machen, verdammt, so viel, egal, 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 meine Freunde, so, ich hoffe, mein neues Intro gefällt euch, also, das neue, was ich jetzt habe, Minecraft mache ich am Wochenende noch eins, oder erstelle ich eins, besser gesagt, mein MW2 Intro, das kann ich jetzt abhaken, weil ich ja schon wieder ein Power-C-Band für gar nichts bekommen habe, danke an Steam hierfür, deswegen hole ich mir MW3, und hoffe, dass das da einfach besser klappt, und hier habe ich auch noch Eisen, das muss ich mal stellen, aber dann brauche ich noch mal ein bisschen Kohle, gut, 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 noch drei Minuten haben wir, dann warten wir kurz, und dann erzähle ich so mal so ein bisschen, was ich jetzt so am Wochenende vorhabe, also am Wochenende, fahre ich, wie schon gesagt, mit irgendeinem Bus weg, ich steige in irgendein, random, und fahre einfach mal dahin, vielleicht begleitet mich sogar ein Bro von mir, mal schauen, aber wir werden sicher darüber, nicht, dass jetzt irgendwelche Ideen kommen, irgendein Video-Tagebuch machen, aber es wäre eigentlich recht nice, weil wir wollten sowieso mal einen Livestream machen, eventuell, und, ja, einfach mal gucken, wie wir so bei den Leuten ankommen, vielleicht sogar, wollte ich es nicht so glauben, Abo, eventuell, wäre nice, äh, yo, der kurzgeschnittele 10 Minuten Part von Minecraft, ist jetzt zwei Minuten vorbei, äh, ne, dann darfst du nicht rein, boah, Fraps, ja, jetzt warten wir noch kurz, bis das hier fertig ist, also, das soll jetzt nicht irgendwie so, das ist eigentlich kein Let's Play, sondern eher so ein Info, plus Dankeschön Video, dass mir, wie jetzt die zwei da, ihr könnt ja auch einfach kommentieren, wenn ihr wollt, einfach mal so sagen, ja, das könnte man verbessern, auch das könnte man verbessern, recht nice Idee, bloß bitte nicht zu Anfang, ja, let's play mal this, let's play mal this, let's play mal this, äh, wie schon gesagt, ich, also wir let's play, besser gesagt, das, was uns gefällt, ja, hoffe, ihr versteht das, ich glaube schon, soweit seid ihr hoffentlich schon im Gehirn entwickelt, dass ihr das versteht, meine Freunde, und es wird noch ein neuer Tiff, zwei Parten mit dem Blubi rauskommen, aber auch noch hoffe ich, Kumpel, du siehst es ja bestimmt auch, dann, äh, gib es dir einfach mal, oder, ja, schau dir einfach, dieses Video an, und dann sagt mir einfach, was du von der Idee hältst, und ich glaube, du bist sowieso dafür begeistert, dass du jetzt so lange nicht filmst, weil du ein guter Let's Player bist, ähm, ja, gut, das soll's gewesen sein, der 10 Minuten Part von Minecraft, dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, ähm, haut rein, habt mal viel Spaß, und die nächste Wochenende, und schaltet wieder ein, wenn es heißt, let's play Minecraft alone, mit mir, dem Brawave, ähm, und ja, haut rein, Leute,